Hello again, wir sind's wieder, eure Wächter des Bieres. Dieses Mal zum letzten Mal vor dem Festival. Dann gibt's euer Bier. Rockfrisch. Seit circa zwei Monaten begleiten wir für euch das Otterkringer Helle auf seinem Weg von der Entstehung bis zum Festival. Wir hatten für euch stets die Qualität im Blick und haben es vor den bösen Bedrohungen beschützt. Bald ist es soweit und wir fahren zum Novarock. Die Fässer sind abgefüllt und bereit für den Weg vom 16. Bezirk nach Nickelsdorf. Damit ihr am Nova das frischeste Bier auf einem Festival genießen könnt, wird in der Otterkringer Brauerei einiges an Ware und Equipment vorbereitet. Schankanlagen, Biertische und vieles mehr. Unzählige LKWs machen sich auf die Reise zu den Pannonia Films. Wir freuen uns auf euer Kommen, die Wächter des Bieres.